Ja, servus, heute mal wieder der Coach Metin bei mir, jetzt haben wir uns ja schon lange nicht mehr gesehen, du warst im Urlaub, gell? Servus, grüß dich, ich habe Lehre. Ja, ich war im Urlaub und wir haben ja ein bisschen Pause gemacht, ich und der Michi jetzt, oder mal gerade hier, ich bin jetzt freundlicherweise wieder von ihm hier eingeladen worden, ich zu Gast bei ihm oder er zu Gast bei mir, wie man es nimmt, dass wir hier uns ein bisschen mal wieder auf seine Seite, ja, philosophischen Beitrag hier mal als Sache mit meiner psychologischen Hintergrundkenntnis mal ein bisschen genauer ausleuchten. Ja, Michi, was ist denn die Thematik heute? Also heute will ich mit dir mal die politische Lage einordnen, ich mache ja sonst mehr in die Richtung Irlmayr, vergleiche halt die Prophetin mit der Ist-Situation und jetzt haben wir ja das Thema mit dieser Partei in Blau, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, mit dem Landtagspräsidenten, wie das dann die Medien framen praktisch, wie sich die Partei in Blau aufgeführt hat, obwohl das ja eigentlich ganz anders war und eigentlich dieser stärksten Partei der Landtagspräsident eigentlich zustehen würde. Also so ist halt eigentlich das Geschäftsgebaren und da gab es ja dann so eine Geschäftsordnung und als sie dann gesehen haben, die haben jetzt die Überhand, wurde das mal schnell umgeändert und da würde ich dich fragen, ist das nicht irgendwie so eine arrogante Masche, dass irgendwie dieser Wählerwille oder dass die Mehrheit immer so übergangen wird für so eine politische Agenda und fällt uns das vielleicht noch später auf die Füße? Ich möchte an dieser Stelle gerne Pidel Castro zitieren, der im Jahr 1992 mal gesagt hat, der nächste Krieg in Europa wird ein Krieg zwischen Russland und dem Faschismus sein, nur die westliche Welt wird diesen Faschismus als Demokratie bezeichnen. Punkt. Also das ist wirklich so die Situation. Also ich meine, wenn es jetzt zum Beispiel nach einer Partei in Blau gehen würde oder generell, gehen wir mal noch weiter in die rechte Richtung, dann würde man jetzt zum Beispiel in meinem Fall sagen, ja okay, gut, du bist ein Türke, solange du aber arbeitest und Steuern zahlst, haben wir kein Problem mit dir. Habe ich immer so gehört, alles gut. Wandere ich da in das andere Lager rüber, dann heißt es immer, boah, du bist ja super integriert. Man ist so gut bayerisch sprechend, du bist ja super integriert. Integration. Das ist doch das, wo man den anderen vorher ausschließt, oder nicht? Also wenn ich jetzt für meinen Hintergrund, für den, woher ich daherkomme, dass das immer wieder von linker Seite thematisiert wird, dann ist das eigentlich für mich der Faschismus. Selbst wenn mir Vorteile dadurch gereicht werden, dass ich vielleicht irgendwie den Quotentürken bei irgendeiner Polizeisendung spiele oder so etwas. Ich habe ja diesen Job nicht bekommen, weil ich so toll aussehe oder weil ich singen und tanzen kann. Ich habe den nur bekommen wegen meinem Namen und wegen meinem Migrationshintergrund. Und das ist für mich was Faschistes, weil ich da nur auf meine Herkunft runter reduziert werde. Verstehst du, was ich meine? Und das, was die da betreiben, ist, dass die im Deckmantel der Demokratie hergehen und den anderen Diktatur, Menschenhass, Ausgrenzung und all diese Dinge vorwerfen, um den erst einmal zu dämonisieren. Kennt man ja aus der politischen Landkarte. Man hat so mittlerweile, ich sage mal, dieses Moslem-Bashing mittlerweile so weit einmal geschafft, und dass man gleich jeden gläubigen Moslem in einen bärtigen, mit Turban begleiteten Attentäter hier reinsteckt. Das mag sein, das ist mit Sicherheit so, dass hier laut Statistik im Bundeskriminalamt viele der Attentäter auch wirklich diese Glaubensrichtung haben. Das bedeutet auch leider nicht, dass alle Mosleme gleichzeitig gewaltbereit sind. Das muss man ja auch einmal festhalten. Also man muss es immer differenzieren und ein bisschen realistisch hier betrachten. Und realistisch ist es in meinem Rechtsempfinden definitiv nicht demokratisch. Ich habe da ein paar Berichte gesehen darüber, den Mann da zu unterbrechen, da reinzuschreien, auf einmal die Spielregeln da abzuändern, nur damit das jetzt hier passt für den jeweiligen Machterhalt. Genau, mir ist auch noch eins aufgefallen, was so Wokisten gern machen, da hatte ich jetzt gerade mehrere Diskussionen, die sagen halt einfach, wir sind für Demokratie und Meinungsfreiheit. Aber wenn du was gegen diese Agenda sagst, dann ist das Hass. Hass und Hass ist keine Meinung. Und so kann ich ja das alles widerlegen, also alles, was in meinem Narrativ drinsteht, das ist dann praktisch eine Meinung, weil das geht ja alles in eine Richtung. Aber alles, was in eine andere Richtung geht, das ist dann Hass. Und da kann ich dann sagen, da machen wir dann irgendwie neue Regeln. Das wäre dann Hassverbrechen, weil Hass ist keine Meinung. Und das ist die beste Ausrede, wie man dann alles irgendwie so gleich schaltet und in eine Richtung lenkt, finde ich. Ja, das stimmt auch. Das ist ein ganz normaler psychologischer Vorgang, indem ich einmal das so beschreibe. Es geht ja praktisch nicht mehr darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Mir passt jetzt dem seine Nase nicht. Ich habe zum Beispiel in einem unserer letzten Videos, da habe ich unten in der Kommentarleiste, was ich möchte mich bei deinen Zuschauern auf jeden Fall für die netten Kommentare auch bedanken und für die Zusprüche vielen lieben Dank. Und ich habe natürlich auch Sachen gelesen, die jetzt nicht so lustig gewesen sind. Da stand irgendwas drin mit, ja, der Mithin, der tut bei seinen Videos da immer nebenbei ein paar Süßigkeiten essen. Und man findet, diese Dame fand das respektlos. Mein Gott, wenn ich keine Süßigkeiten gegessen hätte, dann hätte sie einen anderen Grund gehabt hier, mich in irgendeiner Art und Weise zu kritisieren. Weil die kann mich ja nicht kennen. Dass jemanden anhand eines Videos zu beurteilen, das ist doch völlig oberflächlich. Weißt du, was ich meine? Nein. Und der Dreh- und Angelpunkt an der Geschichte ist ja dann der. In diesem Beispiel, wie du es jetzt mir zutragen hast, du warst ja da vorhin, wo wir ja unser Gespräch hatten, mir ein bisschen was erzählt hast in dieser Gruppe, wo du da hier angefeindet worden bist. Da hast du jetzt nicht dieselbe Meinung wie diese andere Person. Jetzt respektiert diese andere Person deine Meinung nicht und versucht dich moralisch erst einmal zu entwerten. Und das macht man, da macht man den Sack auf, was haben wir da alles da? Die Türkenkeule, die Nazikeule, die rechte, die linke Keule. Ah ja, okay, die Moralkeule. Bam, die haut man erst einmal drauf. Du bist böse. Das, was du da machst, ist mit dem Kollektiv nicht vereinbar. Ich nehme mal ein überspitztes Beispiel, gar nicht mal so lange her. Der, der da hat keine Maske auf. Bitte halten Sie Abstand. Ich date mich nicht mit Ungeimpften. Moralkeule, Öffentlichkeit hat man im Rücken sozusagen, das Narrativ. Und dann kann ich den anderen problemlos dämonisieren, dass ich mich halt dann über ihn stellen kann. Und die Moral der Tat, das ist halt für den, der es macht, die Selbstrechtfertigung. Also mit Selbstrechtfertigung meine ich, wie kriege ich es selbstfertig, Recht zu behalten bei dem Scheiß, den ich mache. Und hier kommt dann die Rationalisierung ins Spiel. Einfach auf Wikipedia mal nachgoogeln, was das ist. Rationalisierung kommt aus der Psychologie. Und dann hier diese emotionale Beweisführung. Wenn jetzt zum Beispiel der Vorwurf von der Partnerin oder von einem Freund kommt, hey, du hast nicht zugehört. Dann kann ich sagen, ja, ich habe eigentlich nicht zugehört. Aber weißt du was, das liegt an meinem Alter. Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern. Das ist, wenn ich den Mist, den ich baue, auch noch zurechtfertige. Und gerechtfertigt wird das Ganze ganz einfach, dass man auf der Seite der Guten steht. Dass man auf der Seite der Demokraten ganz einfach steht. Genau, und es gibt ja da auch noch viel Framing, gell? Also es wird ja dann immer erwähnt, gesichert rechtsextrem bei jedem Beitrag, bei den Öffentlich-Rechtlichen, die ja eigentlich unabhängig berichten sollten. Tun sie aber für mein Dafürhalten nicht. Und wir müssen dafür auch noch bezahlen. Und das wird dann jedes Mal geframed. Praktisch, die sind nicht in Ordnung, die sind gesichert rechtsextrem. Und der Verfassungsschutz, obwohl das ja gar keine unabhängige Behörde ist. Richtig, absolut, absolut. Und mit diesem Mechanismus wird dann praktisch hier vorgegangen und der andere auf jeden Fall einmal dämonisiert. Das machen die Amerikaner in ihrer Propaganda, beziehungsweise auch in ihrer Weltpolitik ja auch ganz gut. Jedes Mal, wenn zum Beispiel irgendeiner Gas hat, Edelsteine, Öl oder so etwas. Oder er handelt nicht mit den USA in Dollar-Devisen. Ist ganz klar, da wird sich der zum Feind gemacht, da wird die Flugzeugträgerflotte dahin geschickt, dann wird der ausbombardiert und in Ruhe ist. Punkt, ausahmen. Entweder er zieht mit oder er wird da. Das ist jetzt, in Gottes Namen, jetzt der Falsche stehen. Das ist jetzt kein Anti-Amerikanismus oder so etwas in dieser Art. Nichts liegt mir ferner. Ich habe selber amerikanische Freunde und wir brauchen die USA als starken Verbündeten militärischerseits und natürlich auch hier als Handelspartner. Aber diese politische Vorgehensweise, die hat definitiv nichts mit Menschenrechten oder hier mit einer freien, friedlichen, friedliebenden Welt ganz einfach zu tun. Ja, hast du da schon mal von der Brutkastenlüge gehört? Da muss ich sagen, ich bin jetzt draußen. Also es gab ja die Brutkastenlüge. Aber ich fär mich auf. Ja, wer das halt nicht glaubt, der kann das auch auf Wikipedia nachschauen, also Wikipedia Böse. Und da ging es halt darum, ich glaube, um den Irakkrieg mit Saddam Hussein. Und da wurde halt dann behauptet, dass so irakische Soldaten ins Krankenhaus sind und haben eben so Babys aus dieser Klappe raus und am Boden dann zertreten. Und da war irgendwie so eine amerikanische Marketingfirma dahinter. Und es kam dann hinterher heraus, dass das halt alles erlogen und erfunden war. Aber trotzdem hat es dann einen Krieg legitimisiert. Genauso wie Sie gesagt haben, der hätte Giftgas. Und das hat dann gar nicht gestimmt. Aber alle haben dann für Krieg gestimmt. Absolut. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, das war 1990, 1991 war das im Januarmonat, glaube ich, als die Amerikaner dann angefangen haben. Im August, im Jahr davor haben sie Operation Desert Shield gestartet, um hier den Belagerungsring, um Kuwait zu errichten. Und im Januar dann haben sie angegriffen. Aus Operation Desert Shield wurde Desert Stone. Und da hat man hier diese Frau, diese Krankenschwester da interviewt. Das ist bestimmt irgendwo auf YouTube noch zu finden, die hier unter Tränen hier erzählt hat, wie die irakischen Soldaten da in ihr Krankenhaus gekommen sind, diese Babys getötet haben und so weiter und so fort. Also, diese Frau wurde im Zuge einer Michael-Moor-Dokumentation, glaube ich, war das, identifiziert als eines der Prinzessinnen der Töchter aus dem Saudi-Arabischen Königshaus. Du schüttelst, du nimmst gerade mit dem Kopf, da weißt du es auch, gell? Da steht auf Wikipedia sogar alles drin. Da steht sogar alles drin. Wenn man da weiter recherchiert. Ja, das ist... Aber man fühlt sich doch da verarscht, oder? Diese Lüge, dieses Framing da hier. Man fühlt sich halt verarscht von den Medien. Und da kommen wir, denke ich einmal, von der Partei im Blau, also diesen Mechanismus mit dieser Opferhaltung und mit dieser Amoralisierung des Anderen und der Dämonisierung und den gleich in der Schublade reinstecken, den verteuseln mit allem, hier auf den Konflikt, den wir hier in der Ukraine haben, sprich die Parallelen dazu, hier mit Israel. Oder wolltest du das Thema jetzt so weiter vertiefen oder dann übergehen? Wie siehst denn du den Israel-Konflikt, was jetzt da mit dem Iran los ist? Jetzt hat ja der Iran Israel bombardiert und vorher gab es ja auch ziemlich große Spannungen. Kann uns das auf die Füße fallen, die ganze Nummer? Weil ich glaube jetzt, dass dieser Israel-Konflikt momentan etwas heißer ist wie der Ukraine-Konflikt. Aber Russland wird da jetzt auch mehr oder weniger mit reingezogen. Und da könnte es jetzt dann sein, dass der Putin möglicherweise auf die Ukraine bald den Deckel drauf macht, weil er dann diese kämpferische Stärke nicht hat, dass er in mehreren Ländern dann zu Kriege führt. Okay, okay, okay. Wie ich das praktisch dann sehe. Du hast eine Aussage begonnen mit, der Iran hat ja hier Israel angegriffen. Wir dürfen aber jetzt nicht vergessen, dass Israel seit Tagen schon den Libanon bombardiert. Und davor haben sie den Gaza-Streifen bombardiert und mittlerweile bombardieren sie auch im Jemen. Das heißt, Israel steht jetzt gerade mit vier Parteien im Krisenherz. Ja. Das ist eine gewaltige Klasse. Ich habe das auch nur gemeint, dass jetzt in der jüngsten Zeit, also dass die jetzt angegriffen haben. Also ich habe jetzt nicht das Vorhaben. Natürlich gibt es da eine Vorgeschichte. Das ist jetzt auch so eine Sache. Damit habe ich auch ein Problem. Das hatte ich die ganze Zeit bei diesem Nahostkonflikt schon. Das habe ich immer. Pardon. Also, soweit ich das jetzt an den Medien verstanden habe, ich habe mir jetzt auch die türkischen Medien ein bisschen zu Gemüte geführt, jetzt nicht nur die deutschen, ich habe mir die türkischen Medien auch ein bisschen angesehen. Und der Erstschlag war ja hier eine Rakete, die hier scheinbar irgendwo hergekommen ist und hier in Israel ja eingeschlagen da ist. Und Israel hat hier dem Libanon die Schuld in die Schuhe geschoben. Hingegen der Libanon bestreitet, dass die Rakete von innen gewesen ist, weil sie haben keine zivilen Ziele vor Augen. Das sagt jetzt der Libanon. Und das ist jetzt das, was die sagen. Meines Wissens nach gibt es komischerweise allerdings keine israelischen Opfer. Und ich finde es auch ziemlich komisch, dass dieser Raketenangriff da auf diesem, ich habe mir das aufgeschrieben, wie hieß das, Madal Shams. Die schlug auf einem Fußballplatz ein. Und wenn ich da auf Google Maps gehe, sehe ich, dass dieses Madal Shams in den Golanhöhen liegt, in diesen Besetzten. Und das haben damals die Israelis sich unter die Nagel gerissen bei diesem Sechstage-Konflikt, den die damals gehabt haben. Und das haben sie seitdem auch besetzt. Und dort in diesem, wie heißt das, Madal Shams, da lieben ja kaum Israelis oder beziehungsweise gerade mal 200.000. Der Rest, das sind alles Drusen. Und die Drusen, das ist ein arabisches Volk. Die haben mit den Juden doch gar nichts zu tun. Und das finde ich halt ziemlich merkwürdig. Und Israel wird hier von fast allen EU-Staaten, den USA und Teilen Südamerikas bei ihrem Vorgehen ja auch noch unterstützt. Und zu Erdogan komme ich jetzt gleich. Ich komme jetzt noch mal kurz, bleiben wir mal kurz bei diesem Raketeneinschlag. Und für mich, du hast mich gefragt, meine persönliche Meinung, das schaut für mich ganz einfach wie eine dieser False Flag Operations aus. Also diese Operation unter falscher Flagge. Weil man kennt das aus der Geschichtsschreibung, wenn man sich da jetzt zum Beispiel mit dem Thema 7. Dezember 1941 sehr stark auseinandersetzt und sich das mal alles durchgelesen und zu Gemüte geführt hat, da kommt man sich schon auf die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass eine ganze japanische Flugzeugträgerflotte hier, mehrere sogar, fünf Wochen quer über den Pazifik da schippern und keiner merkt es und greifen dann die USA auf Pearl Harbor an. Das ist schon sehr, sehr komisch gewesen. Besonders dann, wenn da der Admiral Kimball die Benachrichtigung zwei Stunden nach dem Angriff erst bei dem Ankommen ist, dass ein möglicher japanischer Angriff bevorsteht. Und dann haben wir ja noch diese Geschichte hier mit dem Golf von Tong Lang, wonach angeblich ein nordvietnamesisches Boot, wo man heute weiß, das war gelogen, hier einen amerikanischen Flugzeugträger scheinbar hier angegriffen hat, was den USA hier das Go gegeben hat, hier in den Vietnamkrieg aktiv hier einzugehen. Oder ich darf auch an Bologna erinnern, das Bahnhofsattentat, wo damals hier von Seiten des CIA und des italienischen Geheimdienstes eine Bombe in dem Bahnhof gezündet worden sind. Über 30 Zivilisten kamen dabei ums Leben, weil man hat es damals ja auch den Linken, den Extremlinken in die Schuhe geschoben, weil das war ja für die USA nicht auszudenken, dass jetzt hier mitten in Italien während des Kalten Krieges eine linkskommunistische Partei plötzlich an die Macht kommen würde. Man hat es denen in die Schuhe geschoben und später kam dann raus, das waren die überhaupt nicht. Du hast es gerade angesprochen, Massenvernichtungswaffen im Irak. Hatten wir auch dieses Thema. Und es ist ja alles, all diese Dinge, die haben mit irgendeiner Lüge angefangen. Und ich fand das letztes Jahr schon im Oktober, beim letzten Jahr, also wo der Angriff hier, der angebliche Angriff der Hamas auf Israel war, ich fand das schon ziemlich komisch, wie die durch so, ich meine, ich war ja schon mal in Tel Aviv und in Jerusalem, ich war ja schon mal in Israel. Und was du an Checkpoints da durchfahren musst, wie oft du kontrolliert wirst am Tag, das ist ja dort nicht mehr normal. Und fast alle zwei, drei Tage ändert sich dort die Rechtslage. Und ich finde das ein bisschen komisch, dass ein so hoch gesichertes Land mit einer so gut ausgebildeten Armee, dass da einfach tausend Leute da aus dem Gazastreifen rausspazieren und rumballern können in irgendwelchen Siedlungen. Ich finde das ganz einfach irgendwie seltsam. Und genauso finde ich es jetzt seltsam, wie hier da diese Rakete, aus der mir nichts da drüben einschlägt. Und komischerweise, die Hisbollah, das sind doch so, die sind doch so kriegsaffin, diese Hisbollah-Leute, die sind doch so gut. Und angeblich die Antwort drohen und den ganzen militärischen Schnickschnack von Erdogan und von Putin. Wieso bombardieren die nicht Jerusalem oder Tel Aviv, wo es richtige Ziele wären? Wieso greifen sie sich da ein Dorf auf den besetzten Golanhöhen, wo kaum jüdische Menschen leben? Das verstehe ich irgendwie nicht. Naja. Um das jetzt abzukürzen etwas, was glaubst du denn, also mit dem Israel-Konflikt, ist es jetzt egal, wie es ausschaut, wir haben das ja jetzt genau erörtert, also da kann man sich auf jeden Fall seine Gedanken machen. Aber auf was deutet das denn jetzt hin? Dieser Ukraine-Konflikt, der Israel-Konflikt, dann noch dazu, dass zum Beispiel in Deutschland also die Mehrheit ja so eine blaue Partei wählt, aber dass dann bestimmte, ja wie kann man dazu sagen, Altparteien das nicht wollen und alles dagegen unternehmen, dass das nicht stattfindet. Um was geht es denn? Was ist das große Ganze? Was ist die Logik dahinter, deiner Meinung nach? Und was kommt auf uns zu? Das ist doch das Einfachste auf der ganzen Welt, mein Freund. Das ist derselbe Grund, warum du und ich uns morgen aufstehen und unsere Firmen kümmern. Es geht ums Geld. Das ist doch klar. Jeder steht morgens auf, geht seiner Berufung nach, seiner Arbeit nach, ob er jetzt für sich, dass diese Arbeit für ihn Berufung ist oder vielleicht kotzt ihn seinen Job an. Letzten Endes machen das alle irgendwo für Geld. Und wo verdient man am meisten Geld? Ja, in der Rüstungsindustrie, wenn Krieg ist, wenn auf den anderen eingefossen wird und in der Pharmaindustrie, wenn man auf den eingefossenen, wenn man den dann auch noch verarztet. Das ist doch die Geldmaschine nicht schlechthin. Du musst ja, und du musst ja bloß einmal überlegen, da werden ja Waffen geschachert und Millionen werden ja da geschachert. Da verdienen ja etliche Leute sehr, sehr viel Geld damit, eben solche Wege, solche Gesetze auf den Weg zu bringen, die das ganz einfach fördern. Alles passiert doch immer aus einem bestimmten Grund. Und es gibt hier ganz einfach Kräfte, ich sage mal, in der ganzen EU, weil EU, USA, das ist ja alles mittlerweile schon Provinz. Es gibt da ganz einfach Kräfte, die ein großes Interesse daran haben, dass diese Krisenherde da sind. Genauso wie es auf der anderen Seite Leute gibt, die jetzt nicht so viel Geld haben, nicht das Geld über Krieg so gut vermehren können. Da kann ich gerne auf mein Video mit dem Präsidenten Erdogan hier verweisen. Das hänge ich euch bei mir oben da irgendwo in die Infobox da mal mit rein. der nach Deutschland gereist ist und hier einen Reporter, einen deutschen Reporter, hier so Raison gezogen hat, weil von Erdogan ist ja allgemein bekannt, dass er absolut nicht mit Israel kann und die auch als Terrorstadt hier verunglimpft hat. Zu Recht, zu Unrecht, das entscheidet man bitte selber, besonders dann, wenn man sich dieses Video vielleicht da oben ansieht. De facto ist, es Geld ist es und die, die weniger jetzt davon haben oder nicht mit Krieg Geld verdienen, sondern eigentlich überwiegend mit Öl, da kommen wir zu Arabien und all diesen Ländern. Die sehen das ein bisschen anders. Ich habe verzweifelt, suche ich überall hier in der westlichen Welt, auf TikTok habe ich eins gesehen, da hänge ich euch den Link gerne unten in die Videobeschreibung rein. Ein Video über den Ayman Safadi, das ist der Außenminister Jordaniens, der hat im Weltsicherheitsrat eine Rede gehalten, natürlich abseits unserer Mainstream-Medien, da finde ich das nirgendwo. Das ist ja hier der Anführer auch von diesem Arabisch-Muslimischen Komitee hier. Und der hat hier eine Rede erhalten und er hat erklärt, dass alle Teilnehmer von diesem Arabisch-Muslimischen Komitee, das sind 57 arabische Länder, die den Frieden im Nahen Osten haben wollen. Israel ist der Einzige, der den Krieg will. Ja, weil ein Haufen Leute damit natürlich Geld verdienen. Ja, da heißt es ja wieder, wenn man sowas glaubt, wenn man an so Eliten glaubt, das wäre eine Verschwörungstheorie, sowas gibt es gar nicht. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite wieder Davos. Ja, das finde ich immer wieder sehr, sehr spannend. Hier könnte man vielleicht einen kleinen Beitrag, einen kleinen Satz, einen Satz aus dem Koran oder aus der Bibel nehmen, steht ungefähr sinngemäß dasselbe drin. Die größte Lüge des Satans war es, den Menschen Glauben zu machen, dass es ihn nicht gibt. Und wenn wir diesen Satz jetzt auf unsere heutige politische Weltkarte übertragen, stellen wir ziemlich gut fest, dass gerade bei vielen Menschen, auch die Leute, die bei dir kommentieren, bei mir kommentieren, viele Menschen, die immer noch diese Mainstream-Propaganda so dermaßen im Kopf haben, denen ist es vom Mainstream schon eingeimpft worden, alles, was nicht ihrem Narrativ entspricht, alles, was nicht in ihrem Idealbild passt, sofort als Verschwörungstheorie hier zu deklarieren. Oder Hass. Oder Hass und Hetze. So, Hass, Hetze, Verschwörungstheorie. Weil die Ursache hier, die Rechtfertigung hier, wäre ja für den Hass und die Hetze die Verschwörungstheorie. Weil man hier an eine Verschwörung glaubt, weil das ja eigentlich nur deine Theorie ist, ist es Hass und Hetze. Und ich finde, wir sollten uns alle mal an der Nase fassen, besonders die, die das machen, und da mal einen Schritt zurückgehen, bitte, und einmal ein bisschen differenzieren. Bitte. Man sollte ja mal hergehen und sich mal überlegen, was ist denn eigentlich eine Verschwörung? Eine Verschwörung ist eine Gruppe von Menschen, von Männern und Frauen zum Beispiel. Die tun sich zusammen, um im Geheimen etwas zu vereinbaren, was irgendeinem anderen schadet, um ihnen eine Profit zu geben. Ja, wo gibt's denn sowas? Ja, natürlich, da unten im Pullach, da bei München, der Bundesnachrichtendienst. Geheimdienste funktionieren so. Der CIA funktioniert so. Der NSA, der russische Geheimdienst, der japanische Geheimdienste. Da sitzen auch in einem Büro ein paar komische Leute in komischen Anzügen. Bei James Bond kennt man das überall. Jeder kennt James Bond. Da weiß man doch, wie das abläuft. Wer hier erschossen werden soll. Auf wen ein Attentat ausgelöst. Intrigantentum. Politische Vorteile. Bei Geheimdiensten, da sagt keiner was. Obwohl es hier direkt vor ihrer Nase stattfindet. Da sagt keiner Verschwörungstheorie. Obwohl jeden Tag dort irgendwelche Verschwörungen stattfinden. Also man sollte schon hergehen und anhand dessen, dass man schon weiß, dass Geheimdienste zum Beispiel existieren. Und google mal nach. Der Bundesnachrichtendienst kriegt jedes Jahr über 10.000 Bewerbungen für Leute, die da arbeiten wollen. Dass da so Geheimdienste existieren, da kann man nicht mehr sagen, das ist alles eine Verschwörungstheorie. Es gibt hier Vereinigungen, Logen zum Beispiel auch, die hier im Geheimen Dinge tun, die anderen Leuten vielleicht nicht so gefallen, um hier Profit hier zu generieren. Und das sollte man immer hier mal anbetrachten lassen und sich einmal überlegen, ob das wirklich so eine Verschwörung ist oder ob es da vielleicht auch Leute gibt, wie zum Beispiel, mir fällt jetzt spontan diese Strack-Zimmermann ein, die gleichzeitig irgendeinen Aufsichtsmaßposten in der Waffenlobby hat. Also ich meine, das sind ja Menschen, die verdienen am Trick. Und ich meine, da kann ich ja eins und eins da auch zusammenzählen, oder nicht? Ja, definitiv. Und weil sie dann immer sagen, es gibt keine Eliten, aber es gibt doch dieses Davos. Das wird dann immer so als Weltwirtschaftsforum verkauft, so ganz harmlos. Aber ist es deiner Meinung nach so harmlos? Wer nimmt denn da teil bei solchen Treffen? Und wie wird das von den Medien verzerrt, deiner Meinung nach? Ich finde das ziemlich spannend auch. Diese Eliten, die sind schwer einzugoogeln, auch teilweise. Da gibt es so Google-Beiträge, aber die Informationen sind ziemlich sperrig. Ich war ziemlich überrascht, als ich von dieser Verlegerin einmal was gelesen habe, die bei diesem Bootsunfall in Italien aufs Leben gekommen ist. Da waren kaum Einträge von der, aber das muss eine ungemeine reiche Frau und mächtige Frau gewesen sein, weil die in irgendeiner Verlagsgruppe im Vorstand jahrelang war. Und die ist aus dem Hause Disney auch gewesen. Ich glaube, die kam sogar aus den Vereinigten Staaten, da bin mir nicht mehr ganz sicher. Und die kamen auf jeden Fall beim Bootsunfall. Und diese Informationen sind sehr, sehr spärlich. Manchmal werden uns auch von Seiten Stern oder Fokus hier Faktenchecker hier präsentiert, Personen präsentiert, die sonst keinerlei Erwähnung irgendwie sonst im Internet irgendwie haben. Keine Facebook-Seiten, keine Instagram-Seiten, gar nichts. Also entweder gibt es diese Person gar nicht und sie wurde dann erst einmal erfunden, um uns hier einen Journalisten, einen Professor, einen Doktor zu präsentieren, der uns hier zeigt. Da, wegen dem und dem ist jetzt Putin der Böse, wegen dem und dem ist jetzt Erdogan der Böse. Oder diesen Menschen gibt es halt dann tatsächlich, aber wer hier über diesen Menschen steht, das bleibt uns natürlich dann verborgen. Das ist halt auch so eine Sache. Ja, ich glaube, die eigentlich mächtigen Menschen, die kennst du so nicht und die treten so nicht in Erscheinung. Und da gibt es ja dann zwar immer wieder Hinweise, aber es wird halt alles sofort von den Medien oder von diesen systemtreuen Menschen als Verschwörung, als Blödsinn abgetan, weil sie sich ja auch damit nicht befassen wollen, weil das könnte ihr Narrativ, ihre Weltanschauung erschüttern, dass es vielleicht doch alles nicht so ist, wie man es auf ARD und ZDF hört. Meine Meinung. Absolut. Absolut. Das ist ja auch generell auch diese ganze Programmierung. Ich werde dir zum Beispiel jetzt nochmal Programmierung, das ist jetzt zum Beispiel ein schönes Stichwort, was wir hier generell überhaupt nochmal haben, um uns mal hier auch in die Lage der Leute hinein zu versetzen, die jetzt wütend immer mit dem Finger zeigen, ah, das ist absoluter Schwachsinn, ihr seid Verschörungstheoretiker, etc., ihr seid dumm und was weiß ich. Ich werde jetzt nochmal einen Satz raushauen, den ich vor einigen Tagen hier gelesen habe, den der Wladimir Putin rausgehauen hat über die Menschen, die in der Ukraine da in diesem Kampfgebiet da Hunger leiden. Die Aussage von Wladimir Putin war, dass das Aushungern der Menschen in der Ukraine in diesem Kampfgebiet bei Donbass völlig gerechtfertigt ist. Unfassbar, oder? Menschenverachtend, oder? Eigentlich ja. Jetzt bist du auf, die Aussage ist nicht von Wladimir Putin gewesen. Die Aussage, die ist von dem israelischen Politiker, das ist der Finanzminister, von dem dieser Bezale Smotrich und der hat für die Nahrungsmittel im Gazastreifen, dass die angeliefert werden, die hat er bedauert mit den Worten des Aushungern von diesen Menschen sei gerechtfertigt. Brutal, gell? Komisch, gell? Wenn es der Typ aus Israel sagt, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn es der Putin sagt, dann passt es wieder ins Narrativ. Verstehst du? Man hat sich da was gemacht, aber jetzt weiß, wir haben es auf das Publikum ein bisschen gedacht auch. Dass man sich das bei sich selber mal ein bisschen erkennt. Gut, ich habe die Quellen jetzt nicht überprüft, aber ich denke mal, das lässt sich nachgoogeln. Ja, ja, einfach nachgoogeln. Das war der israelische Finanzminister, der Bezale Smotrich, der hat hier für die Nahrungsmittel im Gasausstreifen diese Aussage rausgehauen, das Aushungern der Menschen, das ist gerechtfertigt. Und wenn ich sage, wenn ich zum Beispiel, ich habe auf meinem Kanal auch schon ein Reel darüber gedreht, oder wenn ich in meinem Umfeld diese Aussage raushaue, das Aushungern der Menschen, sage ich recht, das ist der Putin gesagt, dann sind sie alle empört und ja, das war ja klar, dieser böse Putin, dem gehört endlich mal ein Riegel vorgeschoben. Wenn ich dann aber berichtige, dass es der israelische Finanzminister gewesen ist, dann sind sie plötzlich alle still. Ein leichtes Beschämen, ein stilles Tritt in den Raum. Gut, ich möchte auch hier noch dazu sagen, wir distanzieren uns natürlich auf YouTube von solchen Aussagen. Das ist jetzt nur... Absolut, absolut. Das hat ja mit uns nichts zu tun. Ich wollte ja diese Aussagen mal als Beispiel nehmen, dafür wie das Bisschen bei den Menschen schon reingehämmert worden ist. Dieses Framing hier, wer jetzt hier gut und wer jetzt hier böse sein soll. Genau. Das heißt, gut und böse ist ein dehnbarer Begriff. Für uns ist eine Katze ein Miau, Miau, ein liebes... Ich liebe Katzenkinder, das spielen gut, 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 gut. Aber für die Maus ist die Katze ein Monster. Verstehst du? Gut und böse, das sind immer so Ansichtsdinger da. Und ich denke, wir werden alle gut beraten, wenn man hier auch mal die Anschauungen, die Meinungen von einem anderen Menschen auch respektiert und auch achtet, ohne diesen Menschen jetzt gleich einmal irgendwie moralisch abzuwerten oder den in irgendeine Schachtel hineinzustecken. Weißt du, ich meine, dass man hergeht und hier wirklich den... Wie war das auch so schön, diese Bergpredigt hier von Christus hier auch mal vielleicht hier verfolgt und dem Ganzen mit ein bisschen mehr Nächstenliebe hier entgegnet und nicht bloß mit Verachtung die ganze Zeit, nur weil der nicht immer meiner Meinung ist. Also so sehe ich das. Ja, gut, ich bin jetzt eigentlich durch, ich habe nichts mehr. Ich denke, das reicht jetzt auch. Vielleicht können wir das irgendwann noch mal etwas erweitern. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Wir könnten uns auf jeden Fall einmal diesen Konflikt weiter hier zu gemütet ziehen. Wie denkst du, wird diese Geschichte enden? Also, ich glaube halt, dass das eigentliche Ding jetzt gerade zwar nach Israel ausschaut, aber dass es in der Ukraine eskalieren könnte, sage ich jetzt mal. Ich habe ja auch noch die Prophetien alle so auf dem Schirm, aber ich glaube, wenn das dann richtig scheppert, das könnte dann schon so sein, dass jetzt dann diese Flottenverbände ins Mittelmeer kommen, dass es einen Wirtschaftscrash gibt aufgrund dieser ganzen Situation, dass die Leute nichts mehr haben. Geld verliert den Wert. Dann kommen diese bürgerkriegsähnlichen Zustände. In Paris zünden die Leute dann ganz, die ganze Stadt an. Und dann ist alles sehr gespannt. Und dann müssen die Politiker, dann gibt es irgendwo diese ominöse Friedenskonferenz vielleicht, die wo dann irgendwo so die Richtung Ukraine, Israel, sowas, irgendwo im Osten. Und dass es dann aber trotzdem knallt, weil es vielleicht noch so Attentate gibt. Wollen wir es hoffen, dass es zufrieden kommt? Ich persönlich, ich glaube es nicht. Der Krieg ist einfach für etliche dieser Menschen, die ganz einfach da am Drücker sitzen, viel profitabler. Bleibt bloß Gutes zu hoffen. Und wir werden schon mal alle mal gut beraten, dass man da wirklich anstelle den anderen gleich im Vorfeld zu vorteilen, zu attackieren, mit ein bisschen mehr Toleranz und Achtung ganz einfach entgegenkommt. Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir wieder für diesen ungeheuer philosophischen Austausch und bedanke mich auch bei deinem Publikum fürs Zusehen und wünsche ich allen auf jeden Fall und mich auch dir einen schönen Tag. Macht's gut. Ich habe auch zu danken. Danke, Metin. Bis dann. Ciao. Das ist gut. Ciao.